moin meine lieben leute und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir spielen wieder resident evil und befinden uns langsam aber sicher wieder im herrenhaus haben so einiges erlebt hier jetzt müssen wir mal gucken wir haben den schlüssel haben schon ein zwei von diesen handern erledigt was wir jetzt jetzt hier noch so auf uns zukommt also hier sind wir noch die tür wir haben die tür aufgeschlossen wo wir da genau hinkommen weiß ich gar nicht gehen wir mal rein ok jetzt sind wir hier ok wir gehen mal zurück weil wir noch eine tür die wir nicht auf hatten ob wir die aufmachen können wäre natürlich sehr praktisch genau gerade aus und da wo versuchen wir mal wo ist der fahrstuhl muss hier irgendwo an der tür sein diese hier der tür ist kaputt er wird sich wohl nicht öffnen lassen ok die tür da rein äh, was ist das da, weil hier ist? Ist das auch schon drin? Ne, gehen wir da mal rein. Ja, zumindest Munition. Das hier. Äh, sie können ja toll. Doch geil, ne? Man kann ja... So, eine Batterie, nehmen wir mit. Können die Batterie sein, die wir brauchen für die Fahrschuld draußen, im Garten. So blöd, dass man nicht mehr tragen kann, ne? Das ist so blöde. Hier sind wir von Munitionen drin, so wissen. Okay, dann lass uns mal zur... Da kommen wir ja her. Auch den Weg wahrscheinlich gehen, ne? Kommen wir nicht raus. Boah, Alter, diese Steuerung macht einen Kerre. Jetzt hier, hier? Muss hier gewesen sein. Gehen wir mal raus. Kommen wir wieder in diesem Bereich, Spiegelbereich. Oh, da ist auch noch eine rote Tür, so hat man die mal versuchen zu öffnen. Okay, hier durch die Tür rein und dann ist da eine rote Tür. Gucken wir mal, ob das da passt, unser Schlüssel. Gucken wir mal, ob das da passt, unser Schlüssel. Okay. Wir gehen einmal kurz runter. Hier ist nämlich der Speicherraum, da gehen wir mal hin. Bisschen ein Gefühl, dass wir wieder speichern müssen. Bisschen so nicht speichern, sondern ein paar Sachen haben. Wir können nichts mehr tragen. Und wenn wir jetzt einen neuen Raum rein gehen und wieder irgendwas mitnehmen sollen, dann ärgere ich das nur, wenn wir irgendwie nichts tragen können. Da ist doch kein Bock mehr drauf. Also. Batterie brauchen wir rausgehen. Müssen wir da nochmal hinlaufen, ne? Ähm, können wir eigentlich machen. Oder wir, hier müssen wir weg, irgendwas mit mir zu zweit legen, hier ist viel, was wir haben. So, stellen wir die, wir machen das mal hin. Und das packen wir auch rein. Ja, so gut. Wir speichern sicherheitshalber auch nochmal. Ich speichern. So, können wir noch einmal, können wir noch speichern, ist Schluss, glaube ich. Scheiße. Wie der viel verbraucht, ne? Und Sachen so. Aber. Finden wir ja noch was cooles. Da oben haben wir auf jeden Fall Munition nochmal gefunden. Vielleicht können wir die ja nochmal in dieser Abstellkammer da nochmal holen. Aber wir holen nochmal die Summonition, glaube ich. Und jetzt geht es mir hier. Ja, noch holen. Erfolgendes Adler. Erfolgendes Adler. Dann haben wir den, klar. Er blinkt zumindest raus. Ja. Das kann ich nehmen, irgendwie. Dann soll ich mir da voll weg. Weg. Geht nicht. Was kann man noch hier machen? Nicht schalten, kann man nicht schalten, bitte. Häh? Nicht schalten, kann man nicht schalten, bitte. Ne? Das sind zwei Kommunen, sehe ich jetzt erst. Ah, okay, warte mal. Geht auch irgendwas. Brief und ein Sicherheitschef. Backex zurück näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir warten umgehende Maßnahmen. Locken Sie Stars zum Anwesen. Ermitteln Sie, wie die Kampfdaten der bio-organischen Waffen gegen Stars. Sammeln Sie zwei Embryos, jede einzelne Mutation als Muster. Mit Ausnahme der Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Sorgen Sie für verständliche Vernichtung der Arglayer-Labor. Es einschränkt Sie allen Personals und aller Versuchstiere. Werden Sie Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollten, erstellen Sie umgehend einen Bericht. Im Notfall wenden Sie direkt an Anschluss 5601. Viel Glück. Oh, guck mal. Da fährt man auch mal wieder, was laufen soll. Komm, nee, dann gehen wir runter. Na, guck mal jetzt. Dann schieben wir mal hier rüber. Rotlöner Hinschatz im Auge. Wollen Sie ihn rausnehmen? Klar. Es ist mir etwas verbunden. Bewegt sich nicht. Okay. Wollen wir auch schieben? Hä? Wollen wir das? Äh, warum geht das jetzt? Ich kann nicht ran. Mist. Mal rausgehen. Schieb den in die Kommoden wieder andersherum. Weil so komme ich ja gar nicht ran. So, wir gehen mal runter in den Keller und geben ein paar Sachen ab unten in unsere Kiste. Wir haben ja gar keinen Platz, um irgendwann was aufzunehmen. So, kommt rein da. Wollt ihr so, wie wir es machen sollten. So, ist auch die Munition. Komm mal hier rein. Rotlöner hat nur einen Schuss, das lassen wir auch mal kurz hier. So, wieder raus. Wieder hoch, wieder rein. So, noch mal probieren. Okay. So, noch irgendwas, ne? Durch. Da. Geht's noch nicht mehr. Nicht mehr machen. Also diese Adler, der da her schwingt. Raus. Also die Edelsteine, wir hatten ja mal einen Edelsteine in diesen Tigerkopf gesetzt. Ich weiß gar nicht, wo genau dieser Tigerkopf ist. Ja. Wie ist das noch? War sie auch hier irgendwo? Wo war dieser blöde Tigerkopf, ist die Frage, ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo dieser Tigerkopf war. Da war das. Okay. Ich weiß nicht, was ist. Okay. Wir müssen... Geh mal rum. Ah, fickvieh, 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 fick... Fickvieh, fickvieh. Boah, ich geh aber hier raus. Scheiße. 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 Wann schon wieder her, ne? Oder? Oder? Wann bist du ein Dom jetzt von mir? Meine Tigerbürste... ...Büste war hier irgendwo, genau. Ah. Da war das. Ja. Naja. Im gelben Licht, genau. Und so läuft der Kopf noch. Oh, ne? Dieses Kette, oder ein CD ist das, ne? Wo ist das denn, ne? Mo, die Skette benimmt, klar. Oh. 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 so warte mal 1000 Gegner wir müssen noch gucken, also wir haben ja noch warte warte hier ist ja auch noch eine rote Tür ja auch da drüben ganz viele ist noch diese Seite hier aus Baldobern also wir müssen irgendwie nach oben kommen ok wir müssen da durch noch noch ein Schuss geil ich frage welchen Weg gehen hier durch wäre es wohl am einfachsten oh da steht einfach mal ein blöder Zombie rum so wir können da raus dann können wir jetzt nach rechts laufen wir da durch und da durch sind wir nicht okay finde ich leichter ein bisschen scheiße Raben oder die Raben gehen wir nur vorbei dann tun wir vielleicht nichts so wir müssen auf jeden Fall die Treppe hoch dann 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 Hier ist der Spiegelraum, soll er jetzt gerade rausgehen. Er wird doch zu dieser roten Tür kommen, oder? Hier, genau, hier war die Tür. Gut, weiter durch. Noch ein Lebner. Lassen wir mal mit hier. War das für ein Geräusch? Okay. Was mit Waffen habe ich noch? Oh, hier habe ich noch. Auf weg! Oh nein! Lauf weg! Okay. Gibt es aber auch? Oh nein! Oh nein! Oh! Oh! Lauf! 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 Das ist die schnellste Schlange, aber sehr eklig. Mein Gott, das ist die Funktion hier! Oh! Oh! Loch! Das ist das eng! Mh... Scheiße! Lauf! Lauf! NACH! Na Gott sei Dank, aber vergiftet hat sie mich trotzdem das scheiß Viech. Mir ist rausgefallen. Lange Mühe. Wir müssen ja irgendwas hier haben, dann werde ich wieder heil werden. Noch ein Buch. Wir sind trotzdem, wir sind gleich tot. Ist ja was drin. Trotzdem sterben wir gleich. Jetzt gucken wir auf die Karte, ob man hier irgendwo nicht hinkommt. Kann man nach oben gehen. Wir gehen einfach nach oben, vielleicht ist oben ja irgendwas, was wir noch mal, was wir übersehen haben, was man vielleicht gehen kann. Irgendwas haben wir da irgendwie zum Heilnis. Das ist ja eine grüne Pflanze, die wir schon mal nehmen. Wir müssen sich lange halten. Wir gehen da hinten durch die Tür durch. So. 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 Okay, kann man nicht. Scheiße. Er ist doch wieder nach oben. Scheiße. Okay. Ob wir es noch schaffen, bevor wir sterben, jetzt hier. Sehr ehrlich. Okay. Ich sage ja, so viel werden aber zum Beispiel rum. So. Ähm. So. Ähm. Working zu halten. Problem ist, wir kaum Munition haben wir haben in einfach gar nichts mehr. Da gehen wir sonst auch Heil hin. Scheiße. Oh. Gehen wir lieber runter? Gehen wir sehr nervig. Ich bin sehr nervös. So. Komm schon, kommt schon. Oh. Mal gucken. Wie kommen wir denn da am besten hin, ohne dass wir gleich drauf gehen? Gar nicht, ne? Wir sind ja gar nicht vergiftet. Ist ja gut. Dann können wir hier, dann können wir das dann speichern wir einmal unten. Ähm. Wir kriegen jetzt ohne drauf zu gehen. Wir können ja direkt speichern. Super. Dann speichern wir kurz. Und dann war es das auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss. Boar. Bis dahin